Hallo und herzlich willkommen zur niegelnageläusten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken und gute Laune. Und wir widmen uns in dieser Ausgabe drei ganz unterschiedlichen Filmen, beziehungsweise sogar einer Serie. Mit der beginnen wir ganz zu Beginn. Die Rede ist von American Horror Story 1984. Wir hatten die Gelegenheit, diese vorab zu sehen und für euch zu besprechen. Das haben in dem Fall getan Max und Mo und dabei wünsche ich euch total viel Spaß. Ich kenne gar nichts von dieser Serie und bin mir sicher, dass die Besprechung sehr unterhaltsam geworden ist. Es folgt die Besprechung des Trash-Films African Kung Fu Naseys. Der kommt aktuell für das Heimkino und auch hier hatten wir vorab die Gelegenheit, ihn zu sehen. In dem Fall waren das also Kenny, René und Werner, die den Film vorab sehen konnten und haben ihn auch entsprechend für euch besprochen. Das sind ja unsere drei Trash-Granaten und das ist bestimmt total fluffig. Es folgt zu guter Letzt dann noch die Besprechung eines echten Klassikers. Außer Atem kommt, beziehungsweise kam, erneut für das Heimkino raus. Ein Film, der schon x-mal für das Heimkino in diversen Ausgaben kam. Und das ist ja auch ein Film, in dem Jean Seeberg eine Hauptrolle, wenn nicht gar die Hauptrolle spielt. Und da hatten wir vor kurzem auch diesen Film über sie besprochen und da geht's irgendwie auch ein bisschen darum und so. Und das ist alles voll cool. Müsst ihr euch unbedingt anhören, was in dem Fall Andi und Lukas uns zuzusagen haben. Das ist halt ein echter Klassiker. Da muss man schon wissen, worum es geht. Jo Leute, lasst krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin Max und mit mir heute dabei ist der liebe Mo. Hallo. Und wir reden heute über die neunte Staffel von American Horror Story 1948. Hey, 84. 84. Ach ja, stimmt. Verdammt. 48? Das ist kein Das wäre interessanter geworden. Das hätte nicht. Würde dann aber eine ganz andere Richtung gehen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Jetzt mal allgemein. Wie ist deine Meinung zu American Horror Story? Also das ist meine erste Staffel. Tatsächlich. Die neunte ist meine erste. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Irgendwie kam American Horror Story auf und da war es gerade schick, irgendwie Horrorserien zu drehen. Und ich habe es nicht gefühlt. Und dann dachte ich mir, die neunte ist perfekt, um einzusteigen, weil ich im Vorfeld schon gehört habe, dass die sich so ein bisschen von allen anderen absetzen wird. Und ich habe jetzt keinen direkten Vergleich. Ich kann nur sagen, wenn die anderen Staffeln so gut sind, wie das, was ich hier gesehen habe, dann werde ich auf jeden Fall jetzt anfangen, schön chronologisch alles durchzugucken. Okay, das ist interessant, weil ich habe damals auch etwas später mit der ersten Staffel angefangen und einfach relativ schnell gemerkt, dass dieses Szenario des des Haunted House, in dem mehrquillige Dinge zugehen, mich einfach nicht sonderlich interessiert. Klar, es ist eine Serie, das heißt, die machen noch mal was anderes mit dieser Geschichte als jetzt einen Film von 90 Minuten. Aber ich habe es einfach nicht so gefühlt. Deshalb habe ich dann in der Mitte die erste Staffel abgebrochen oder so kurz vor Ende, weil, wie gesagt, ich war wirklich raus und habe dann mitbekommen, okay, jede Staffel macht eigentlich immer was anderes und hat angeblich keinen wirklichen Zusammenhang, aber irgendwann dann wieder doch. Und da wurde mir das alles zu konfus und auch die späteren Szenarien waren alles nie was, was mich jetzt groß hinter dem Ofen hervorgelockt hätte. Aber, wenn es eine Sache gibt, die ich im Horror-Genre sehr, sehr, sehr mag, sind es dumme 80s-Slasher. Und deshalb bin ich jetzt hier. Ja, richtig so. Ja, hier, hier, wir müssen noch mal kurz sagen, wo wir sind, oder hast du das gesagt? Haben wir gesagt, wir sind vom Telestammtisch zwei Angestellte, die sich jetzt hier ganz freundlich unterhalten. Falls nicht, habe ich es jetzt hier mal kurz nachgeholt. Und American Horror Story 1984 startet Ende November auf Netflix. Deswegen reden wir darüber, weil der eine oder andere wird jetzt auch sagen, das ist ja ein alter Hut. Ja, ist ja schon fast ein Jahr alt. Genau, aber auf Netflix ist die Sammlung dann komplett. Und das ist es für uns alle mal wert, dass wir jetzt darüber reden. So, du hast gerade gesagt, du stehst auf die 80s-Horror- und Slasher-Filme. Und hier wird geschlitzt und gemordet, was das Zeug hält. Ein unberechenbarer Serienkiller namens Mr. Jingle schnappt sich in einem Sommerlager jede Menge junge Menschen. Das klingt ja erst mal so wie ein bisschen Freitag der 13. ein bisschen Camp des Grauens, ein bisschen wie alles, was du gerade so gut findest, oder? Genau. Und auch, als ich das allererste Mal den See gesehen habe, war ich so, ich haut doch aus wie Crystal Lake. Ja, ja. Das hat mich doch eigentlich schon mal gesehen. Und das bleibt dir nicht das Einzige. Das Ding ist ja nur wirklich voll mit Referenzen an alle Horror-Klassiker, die einem jetzt gleich so einfallen. Freddy Halloween. maßgeblich aber tatsächlich wegen dieser Lake, wegen dieser Camp-Geschichte Freitag der 13. Aber Ryan Murphy wäre ja nicht, wer er ist, wenn er da nicht auch zahlreiche Twists und Wendungen in die ganze Staffel reingestopft hätte. Und bei mir war das tatsächlich so, ich dachte mir nach Folge 5 hatte ich, was soll denn jetzt noch kommen? Hier ist doch zu Ende. Die ersten fünf Episoden fühlen sich an wie ein durchgehender Slasher-Film. Klar, die sind unterbrochen, die sind alle immer so 40 Minuten lang. Ich habe sie in einem Rutsch geguckt und dachte mir, okay, was ist passiert? Weil hier kommen ja noch vier Folgen. Naja, also ich hatte am Anfang die Theorie so, okay, wie streckt man einen 80er-Horror-Film auf neun Folgen? Oder waren es zehn? Neun. Nein, neun. Neun Folgen. Und dann habe ich gesehen, dass quasi man in jeder Folge ein Flashback hatte, wo dann die hochkomplexen Charaktere nochmal erklärt wurden. Und da dachte ich mir so, ach, okay, das macht ihr hier also. Ihr zeigt uns quasi immer nur pro Folge 20 Minuten von dem eigentlichen Geschehen und das davor ist einfach Backstory. Aber selbst das wird ja dann nach der Hälfte gebrochen und sie gehen wieder in diese sehr typische American Horror Story Richtung. Halt etwas, was ich am Anfang nicht erwartet hatte anhand des Titels und auch etwas, was mich persönlich weniger interessiert hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Fans genau sowas haben wollen. Aber eigentlich wollte ich einfach nur die weiteren, als wären die weiteren fünf Episoden so wie die ersten vier davor. Ja, mir ging es halt genau andersrum. Ich war, ich habe nichts erwartet, weil ich halt eben nichts kenne. Ich habe mir auch extra vorher nichts durchgelesen und nichts und war wirklich erfreulich überrascht über das ganze Mischmasch, was dann kommt. Denn es ist tatsächlich so, liebe Freunde da draußen, wir wollen hier nicht spoilern. Wir können euch nur sagen, der erste Teil ist tatsächlich ein Slasher-Film, wie man ihn kennt. Und da kommen schon so ein paar Sachen, wo man sich schon, wo man wirklich stutzt und sich fragt, wie ist das denn jetzt gemeint? Aber was dann ab Folge 6, die letzten 6, 7, 8, 9 Folgen passiert, ist, also ich fand es total abgedreht. Ich habe das gefeiert. Ich fand das großartig. Und ich fand auch die Schauspieler, die da gespielt haben, die meisten waren ja für mich auch neu, wenn die meisten auch alles Returner sind, die schon lange bei dem American Horror Story Cast mitmachen. Aber für mich zum Beispiel, der Darsteller des Richard Ramirez, der Zach Villa, den fand ich großartig. Also weiß nicht, wie dir es da ging, ob du da Vorlieben hattest oder ob die für dich einfach alle eine Soße sind. Aber den Darsteller fand ich wirklich, wirklich gut. Dem habe ich das abgenommen, dass der dieser fiese Killer ist. Und ich hatte da echt großen Spaß. Also mich amüsiert habe ich mich auf jeden Fall. Schauspielerisch fand ich jetzt alles. Also sie müssen ja auch ein wenig, sag ich mal, schlecht schauspielern, weil das einfach so ist. Ja, ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich glaube so manches Mal ist das mit Absicht in so ein bisschen, wo du sagst, so soll das so sein? Ich glaube schon, dass das tatsächlich auch so geplant war. Da siehst du also genauso. Ja, also vor allem, weil, wie du ja gerade gesagt hast, diese, also viele der Schauspieler sind ja schon in älteren Staffeln vorgekommen, haben dann natürlich dann andere Rollen gespielt, aber das ist halt dann typisch, dass man sich bei so einem 80er Horror, Slasher Film an das Niveau der damaligen Filme anpasst, die halt auch alle jetzt nicht, wie soll ich sagen, die hohe Kunst der Narrative waren. Ne, da ist was dran. Aber nichtsdestotrotz, also mir hat das nichts ausgemacht, weil das habe ich auch erwartet. Das sagt mir der Titel und das sagte ja auch, das sagte die erste Folge schon, die schon vollgepackt ist. Das sagt dir auch vor allem das Intro. Genau, das sagte das Intro und das Intro fand ich toll. Also das habe ich immer wieder gerne geguckt. Schon in den ersten Minuten der Staffel sehen wir, werden wir ja Zeuge eines brutalen Massakers. Da werden Ohren abgeschnitten, Blutspritz, Schreie in ganzer Ebene und dann ein harter Cut in ein Aerobikstudio. Ja, genau. Glücklicherweise war ich damals noch nicht alt genug, um Aerobik zu machen. Immerhin. Aber dieses ganze Setting und die Charaktere, der eine aufgepumpte Typ, der andere so ein bisschen, so ein Schönling, das hat ja was für Breakfast Club ähnliches so. Und dann passiert halt im Grunde das, was du auch erwartest. Die Jugendlichen, um der Stadt zu entkommen, die im Sommer nichts auszuhalten ist und weil es da einen Wink-Wink, einen Serienkiller, gerade sein Unwesen treibt, entfliehen diese jungen Leute ja aus der Stadt und wollen in Camp Redwood halt ihren Dienst als Betreuer antreten. Und kaum angekommen, dann puppt sich die Campleitung da als bibelfeste und absolut nervtötende Person, wie ich finde. Und dann entflieht halt, weil nebenan ist eine Irrenanstalt, der berüchtigste Killer, den sie da haben. Da habe ich schon gesagt, alles klar, jetzt weiß ich genau, was passiert. Und bis zu einem gewissen Grad ist es auch genau das, was passiert. Ja, also es ist halt so richtig American Horror Story typisch, dass sie mit diesem Klischees spielen. Also diese Leute wissen einfach ganz, ganz genau, was sie da machen und wie sie es zu schreiben haben. Beziehungsweise man merkt auch immer mal wieder, dass die Leute, die an dieser Serie arbeiten, halt einfach selbst sehr große Fans des Genres sind und versuchen, ihm so gut es geht, etwas in der Serienform hinzuzufügen. Ja, ja. Wie gesagt, ich fand auch ein bisschen, das Aufgesetzte hatte durchaus Referenzen an die Jetzt-Zeit, denn ich konnte es mir irgendwie, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Leslie Grossman spielt ja die Camp-Wärterin so ungefähr und im späteren Verlauf der Serie bringt sie es ja zu Geld und dann habe ich mich immer gefragt, an wen erinnert die mich, als sie mit ihrer aufgeturmten Frisur da durch den Saal läuft, aber da sieht sie tatsächlich aus, wie Ivana Trump, das ist sicherlich nicht ganz unbeabsichtigt und wenn dann sowas passiert, wie das Catcher Google stirbt, ja, ich fand es großartig, hat mich da super amüsiert. Ich frage mich auch gerade noch, ob diese diese Charaktere auch einfach wirklich diese Abziehbilder sein sollten. So wirklich dieses, weil du hattest ja die absoluten Klischee-Charaktere teilweise drin, du hattest das typische Final Girl, was am Ende überleben muss, sie ist meistens weiß und hat braune Haare, du hast die blonde Bitch, du hast den obligatorischen Quotenschwarzen, der nur drin ist, weil das Studio gesagt hat, hey, wir müssen mal etwas mehr in die Diversitätsschiene gehen, also in den 80ern heute ist das normal, ja, und dann halt noch den großen, breiten Typen. Ja, aber die Twists legen da ja schon noch so eine Facette drüber, die ganzen Twists, du hast ja auch den quasi Standard-Killer-Typen, der da durch die Gegend schleicht und am Ende ist halt alles nicht so richtig wie es schien und scheint, denn ab Folge 6 hat ja eigentlich, ist das ja wie, wir gucken mal zu, was passiert, wenn so ein Film abgedreht ist und die Leute, also was passiert eigentlich nach dem Abspann? So kam mir das so ein bisschen vor und für mich sind das neun Folgen unterhaltsamer Fun-Slasher, klar, für die richtigen Hardcore-Leute ist das hier wahrscheinlich zu wenig Blut, es gibt auch keine nennenswerten Jumpscares oder sowas in der Art, man sieht das alles kommen, weil das alles schon mal da war, was ihr halt eben nicht kommen seht, sind wahrscheinlich die Twists and Turns, die mir Spaß gemacht haben, du standst ja jetzt nicht so sehr drauf, aber das ist ja auch wahrscheinlich genau das Ding, deswegen ist das so eine angesagte Serie, weil jede Staffel für sich steht, ne? Genau, und sie halt immer versuchen, etwas mehr zu machen als die Konkurrenz. Ja, wie gesagt, mich hat's angeteasert, auch mal so die ein oder andere Staffel und ich werd die einfach nach Themen durchgehen, die haben ja alle immer ein Thema und das werd ich mir einfach mal schnappen. Ich wollte mit 84 anfangen, denn ich bin da genau wie du, ich stehe auf die die Sachen mit solchen Filmen bin ich eben groß geworden. Die Schauspieler Emma Roberts, Billy Lurt, Cody Phan, großartig fand ich auch John Carroll Lynch als Mr. Jingles, den sehe ich sowieso immer wahnsinnig gerne. Ich mochte halt Billy Lurt sehr in ihrer Rolle. Ja, ich hab die einfach wirklich sehr, sehr gut abgekauft. Ja, ich fand die auch, ich fand die auch toll, also die, weil die auch so, wenn sie drüber ist, dann ist sie so, dann ist sie richtig gut drüber und sie ist auch, sie kann so super fies sein und dann kann sie so super niedlich sein. Also das machen die Leute, wie gesagt, Zach Villa als Richard Ramirez, der dem echten Killer Richard Ramirez, den es tatsächlich gab, wirklich erschreckend ähnlich sieht. Also guckt euch das mal an, das ist der Hammer. Ja, da wir nicht weiter spoilern wollen, denke ich auch, wir können jetzt langsam zum Fazit kommen. Ich hab's jetzt ein paar Mal schon gesagt, ich hatte Spaß auf einer Skala von 1 bis 5 bluttriefenden Haxelmessern, ähm, ist das für mich hier eine schöne 4. Ja, ich, ich würde da nicht ganz mitgehen, ich, äh, wäre wahrscheinlich eher so bei einer 3,5, äh, abgehackten Köpfen, weil vor allem dann noch, äh, so, ich will es jetzt nicht wirklich Plotholes nennen, aber du hast vor allem gegen Anfang Sachen, die sehr wenig Sinn machen, und dann auch nie mehr wirklich erklärt werden, beziehungsweise Charaktere, die sich einfach unlogisch verhalten und da saß ich halt mehrfach davor und hab mich gefragt, aber, aber warum tun die das jetzt? Ein gutes, äh, Beispiel dafür, weil, wäre ja Billy Lert, die was gegen einen anderen Charakter hat, aber was an sich, in sich überhaupt keinen Sinn macht. Ja, 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 mh, ja, mh, 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 ich kann jetzt nichts sagen, weil wir wollen doch nicht spoilern. Ja, ja, genau, aber ich, also, siehst du, ich hab das nicht so gefühlt, für mich war das schon so bizarr, wie das sein sollte und so aufgesetzt und durchgeknallt, die Charaktere da sein sollen. Ja, weißt du, der ein oder andere, der denkt ja auch, er ist in diesem Camp jetzt mit dem Grauen quasi konfrontiert, weil er Steroide nimmt. Äh, nee, das hat einfach damit zu tun, dass du zur falschen Zeit am falschen Ort bist und ja, vielleicht auch, weil du ein schlechter Mensch bist. Ja, also, ich hab das alles nicht so ganz ernst genommen, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja, ja, aber ich denke, dreieinhalb von dir, vier von mir, ähm, die Fans werden's gucken, vielleicht guckt's auch der ein oder andere neue. Also, ich würd definitiv eine Empfehlung aussprechen, wenn man irgendwas mit dem Genre anfangen kann und auch, wenn man noch nie American Horror Story gesehen hat. Ich mein, bei dir hat's besser funktioniert als bei mir und du hattest überhaupt keine Berührung mit der Serie und vor allem, mit einem Netflix Release wird es dann auch mal, äh, einfacher, zugänglicher, weil ich weiß, so viele Fans von Sky gibt's nicht. Mhm. Und, das ist ja in, äh, in Deutschland so der, der einzige legale Weg, wie man in die Serie kommt, soweit ich weiß. Ich glaube, man kann sie auch auf Prime kaufen im Moment, aber wartet einfach. Ende des Monats ist das, äh, ist die ganze Staffel auf Netflix für euch zu sehen. Mo hat genug geredet und Mo ist jetzt zu Ende und ich übergebe dir das Feld, Max, und du kannst Schüss sagen und gerne noch den einen oder anderen Satz ranhängen. Ja, danke. Ich würde mich auch allgemein einfach bedanken für die schöne Unterhaltung und hoffe, dass die Zuhörer etwas aus dieser Unterhaltung ziehen konnten und vielleicht jetzt etwas mehr Interesse an der Serie hatten als davor. Und jetzt würde eigentlich nur noch übliches Werbegebrabbel kommen von, äh, wenn ihr mir gerne zuhört, könnt ihr das selbstverständlich auch unter meinem eigenen Podcast Splashpage.fm machen. Dort reden wir hauptsächlich über Popculture, Nerdkram und sehr, sehr viele Comics. Das finde ich gut. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Dann bedanken wir uns und, äh, wünschen euch noch viel Spaß mit den weiteren Casts. Tschö. Bis dann. Guten Tag an alle Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum DLR-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film Afrikan-Kong-Fu-Nazis. Mit mir heute hier dabei sind die Kameraden Werner. Guten Tag. Der René. Hallo. Und der Kamerad Kenny. Äh, ja, einen Traum macht wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ich freue mich. Wir besprechen heute den Film Kong-Fu-Nazis. Werner, möchtest du erzählen, worum es in dem Film geht? Kung-Fu. Afrikan-Kong-Fu-Nazis. Ja, also, wie alle wissen, hat Adolf Hitler ja den Zweiten Weltkrieg überlebt in diesem Film. Ist mit einem U-Boot nach Westafrika ja, untergetaucht. Lebt dort in Ghana. und möchte von dort aus natürlich mit seinen treuen Kumpanen oder wie man dort gesagt hat, Garnariern die Welt erobern. Erobern. Und da kommen dann noch ein paar andere Charaktere mit ins Spiel. Darunter der Horscht, der eben Karate lernt und an einem von Hitler organisierten Turnier teilnehmen will. und ja, mehr sollte man eigentlich nicht verraten, weil die Story sowieso schon dünn genug ist. Och, sag du nicht dünn, die ist doch sehr gut. Die ist doch total deep und basierend auf wahren Begebenheiten und total historisch und so. Also jetzt mal jetzt keine Ketzerei hier, mein Freund. Ich habe im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst, tut mir leid. Da soll der Film halt Nachhilfe leisten. Also da lernt man noch was, finde ich. Ja, lieber René, was sagst du denn dazu? Ja, also ich sage mal so, als ich das erste Mal von dem Film erfahren habe, dachte ich mir erst mal so, okay, das wird legit ein Blockbuster. Und da wurde auch einiges gebastet, aber ich sage mal, es war interessant. Es war ein Erlebnis. Es war Kino par excellence. Ja, es war das Beste, was Ghana je zu bieten hatte, wie Sie es selber sagen, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, wir müssen noch ein bisschen ausholen. Es gibt in Ghana selbst eine Nische von Filmproduktionen, ähnlich wie in Indien mit dem berühmten Bollywood. So gibt es in Ghana auch dieses Gollywood. Ja, da gibt es auch eigene Filmproduktionen, die natürlich nicht so hochqualitativ sind, wie wir das vielleicht im westlichen Kino gewohnt sind, aus Hollywood. Und auch wir in Deutschland liefern natürlich nicht immer das Beste ab, aber im Vergleich zu Ghana ist das schon eine andere Klasse. Und es gibt da so ein paar Leute, die da relativ bekannt sind. Es gibt da ein paar bekannte Darsteller und auch Produktionsfirmen, wie zum Beispiel Ninja Productions, der unter anderem auch in dem Film mitgebrockt hat und die Spezialeffekte, also die Special Effects gemacht hat, die so natürlich extreme Explosionen, Leuchteffekte und so ein Kram. Und man muss es aber sagen, man muss es ein bisschen respektieren, weil der macht das Ganze selbst. Das ist alles handgemacht. Da hat es einen Mensch, der hat es nicht so, dass da irgendwie eine riesen Crew dahinter hängt und den Film produziert, sondern das ist wirklich bloß, dass der eine Mensch dahinter sitzt und die Spezialeffekte macht. Produziert und Regie geführt hat Sebastian Stein, das ist ein Deutscher, der seit vielen, vielen Jahren in Japan lebt und der hat mit einem Kumpel aus anderen Produktionen, einem Japaner, diesen Film gestartet. Das ist dann dieser Hojo, der den japanischen Hitler quasi spielt. Sebastian Stein spielt sich selbst als den deutschen Hitler und dann hast du halt noch hoffenweise Schauspieler aus Ghana, die aus diesem Gollywood halt bekannt sind und ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich habe Angst, die falsch auszusprechen und man kennt sie sowieso noch nicht hier in Europa. Was ich aber sagen kann, der Film hat ein Budget von 10.000 Euro. Ja? Und dafür, muss ich sagen, dafür, dass es bloß 10.000 Euro Budget sind, ist da echt was draus geworden. Also man muss erst mal mit so viel Geld so fast die abliefern. Ja, das stimmt. Und dazu kommt, es gibt noch einen Sponsor, der am Ende des Films einen wichtigen Teil spielt. Ich habe gerade den Namen von Getränke vergessen. Wie hieß das? Adonco Bitter? War das so? Ich glaube, das war irgendein Wodka, ne? Naja, ich glaube Adonco Bitter hieß das, glaube ich. Ja. Und die sind da wirklich quasi zu dieser Firma hin und haben den quasi als Sponsor beworben und quasi immer in den ganzen Filmen, am Ende in dem Kampfturnier, hat man überall das Banner hängen. Also wirklich so ein Stoffbanner, wie man es halt irgendwie aus dem Kreisliga-Fußball vom Dorf kennt. Ja. Und die trägten die ganze Zeit die Getränke und die Flaschen sind immer schön in der Kamera zu sehen. Also perfekt. Was ich sagen muss, was absolut geil ist, sind die Namen der Charaktere. Wir haben zum Beispiel, wie ich schon sagte, Horst. Man würde nicht auf die Idee kommen, dass diese Person Horst heißt. Und dann hast du noch einen anderen Kumpel von ihm, der Manfred heißt. Natürlich seine Freundin heißt Eva Braun-Gebrannt. Und dieser ganze Film hat so voll diese Sachen. Und es wird nur mit Dialekten gespielt. Das heißt, der Film ist mit Absicht grauenhaft synchronisiert. Das heißt, sämtliche Charaktere haben irgendwelche Dialekte, sei das Schwäbisch, Bayrisch, ein bisschen Ostdeutsch war dabei. Das ist halt absolut obstrus zu sehen, dass diese Schauspieler halt mit diesen total kranken Dialekten reden. Vor allem die bayerische Eva Braun. Das ist halt absoluter Bullshit, aber es ist echt gut. Ich muss aber sagen, das ist eigentlich auch so mein erster Kritikpunkt. Ich finde die Synchro grauenvoll. Absolut. Also teilweise hat man nicht einmal genau verstanden, was die da gerade geschwätzt haben. Und ja. Ich glaube, hätte man passende Stimmen zu den jeweiligen Darstellern genommen mit diesem Dialekt, hätte ich es gar nicht so schlimm empfunden. Aber ich fand es nicht lustig. Also in keinster Weise. Echt nicht? Nee? Ich fand das überhaupt nicht lustig. Mich hat es genervt. Ich fand das mega geil zu sehen, wie die halt irgendwie auf Bayrisch oder Schwäbisch da hinschwätzen. Das fand ich mega gut. Das hat halt die Seriosität rausgenommen. Hätten die jetzt normal gesprochen und normal geschauspielert, dann wäre das zu ernst. Also ich glaube, die Dialekte nehmen da die Seriosität raus, dass du merkst, es ist trash. Aber genau das ist für mich einfach der größte Knackpunkt. Ich glaube, im O-Ton hätte mir der Film deutlich besser gefallen. Ja, also man braucht keine professionellen Stimmen hier in dem Film, aber zumindest einen neutraleren Ton, um das mal so zu sagen. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir reden hier von einem Trash-Film. Das ist nichts Seriöses, nichts Ernstes. Und in diesem Filmgenre, da kann eine billige Synchro den Spaß auch aufwerten. Das kann für ein paar Extralacher sorgen, aber hier ist es leider nicht der Fall. Hier hat man eine schlechte Synchro, die den Film verschlechtert. So sehe ich das. Also war es für euch wirklich Folter? Also war es für euch wirklich nicht irgendwie mal ein bisschen Spaß und Lachen oder war es für euch wirklich nur so schlimm und grauenhaft? Also ich sage mal so, es gab natürlich Momente, wo man schmunzeln konnte. So ist es nicht. Aber für mich war es deutlich zu drüber. Und ich meine, ich bin wirklich großer Fan von Trash, aber da gibt es für mich auch so Grenzen. Und für mich gehört zu Trash nicht, dass eine Synchro vollkommen überzogen ist. Also ich habe es lieber, ich habe lieber eine normale Synchro und dafür ja, Trash im Film selbst, anstatt innerhalb der Synchro. Weil ein zweiter Aspekt, warum ich ihn im O-Ton wahrscheinlich besser finden würde, ist, dass ich gerne gesehen hätte, wie sich denn diese Darsteller aus dem Land so tun. Weil das ist jetzt durch die Synchro komplett außen vor. Okay, da gebe ich dir recht, natürlich, ja. Die haben ja eigentlich relativ gut gespielt, finde ich. Also in den Kampfszenen, das war echt gut gemacht, das war gut gespielt. Da wurde sich echt bemüht und durch die abgedrehte Synchro, die auf der einen Seite natürlich lustig ist, wie ich finde, aber du hast schon recht, das nimmt natürlich die Seriosität der Schauspieler und der schauspielerischen Leistung natürlich entgegen. Schwierig. Ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, weil ich weiß gar nicht, in welchen Ländern das überall rauskommen soll. Ich habe gehört, irgendwie Deutschland, Japan, Ghana, ich glaube Nigeria war noch dabei. Müsste mal jetzt gucken, ob er da noch irgendwie eine Fassung findet in den anderen Sprachgebungen und vor allem in der afrikanischen oder in der Ghana-Version. Also ich sage mal so, tatsächlich, der Film kommt jetzt als Mediabook raus und da ist dann natürlich auch der O-Ton drauf. Das müsste man sich nur noch reinziehen, ja. Also ich persönlich finde und ich glaube, ich höre jetzt raus, Werner gibt mir da recht, ich glaube, der O-Ton würde den Film deutlich aufwerten. Ja, also es kann zumindest, es kann ihn nicht weiter abwerten, sagen wir es zumindest mal so. Ja, ihr wisst, wie ich es meine. Ja, absolut. Ich muss aber sagen, was die Synchro angeht. Ich glaube, wenn man den Film dann halt eben in einer größeren Gruppe anschaut, dann kann diese, ja, dieses Betonen teilweise sicherlich lustiger sein, wie wenn man ihn eben alleine anschaut. Aber grundsätzlich war das, ja, nicht. Oder wenn man genug von diesem Magenbitter intus hat. Oh man, ich spüre die Begeisterung bei euch in euren Stimmen. ich finde es halt wirklich schwierig, weil ich glaube, die Darsteller haben wirklich alles gegeben, abgesehen davon, dass ich finde, dass Sebastian Stein als Führer deutlich fehlbesetzt war. Absolut schon allein vom Alter. Ja, auch von seinem Aussehen, also da wäre auch in Ghana mehr drin gewesen, bin ich ehrlich. Wobei man da natürlich noch schmunzeln konnte, so ist es nicht. Was ich aber, ich meine gut, ist in dem Bereich des Kinos natürlich irgendwo zu erwarten, aber was ich sehr, sehr mies fand, fast genauso mies wie die Synchro, waren die Effekte. Och, Mann, Leute, ihr seid ja echt ganz schön kritisch, dafür, dass es einfach nur Spaß ist. Ich bin einfach nur ehrlich, ich liebe Trash und ich weiß, dass in Trash-Filmen richtig geile Splatter-Effekte vorhanden sein können. Natürlich hat der Film ein kleines Budget, aber bei einer 10.000-Dollar-Produktion kann man immer noch bessere Handmade-Splatter-Effekte einbringen, als die, die Ninja-Production hier geliefert hat. Und ich muss da jetzt auch zu sagen, wer sich die Doku über den Film anguckt, die in meinen Augen übrigens interessanter war als der Film, in Ghana haben die natürlich nicht die absolute High-End-Technik, deswegen ist es schon, also ich finde es schon sympathisch, was die Jungs da und die Mädels da auf die Beine gestellt haben. Aber ich hätte lieber kleinere, dafür aber besser aussehende Handmade-Splatter-Effekte gehabt, als diese, ja, ich weiß nicht mal, wie ich es definieren soll, Spritzer-Splatter-Gedöns. Ja, also ich muss sagen, die schlechten Effekte, die haben mich jetzt nicht einmal großartig gestört, weil man das von dieser Art Film ja, man könnte fast sagen, erwartet, man rechnet damit. In Anbetracht, alleine des Filmtitels, muss ich sagen, war ich mit den Effekten zumindest so weit zufrieden, weil ich eben nichts anderes erwartet habe, als dieses billige, ja, was wir gekriegt haben. Glaubt ihr, man wird von diesem Sebastian Stein noch andere Sachen sehen in Zukunft? Nein. Ich glaube, er könnte vielleicht so in die Fußstapfen von Uwe Boll treten, dass man von ihm immer mal wieder ein bisschen, ja, was in dieser Richtung sieht, aber nichts, worüber man, ja, in puncto Qualität sprechen wird. Ich muss dazu sagen, in puncto Qualität, ich fand die Bildqualität sehr gut. Ja. Ja, da kann man nicht sagen. Auch alles liegt auf dem Markt und vielleicht die Kampfszen in diesem Turnier, in dieser Halle war vielleicht ein bisschen beengend, aber für das Budget natürlich vollkommen okay, ne? Ja. Ja, allgemein, ich fand die Kämpfe eigentlich relativ gut choreografiert für die Art von Film. Also da habe ich in größeren Produktionen deutlich schlechteres gesehen. Also da ist definitiv ein starker Punkt des Films. Also die Kampfszenen, die Kampfectionen, da wurden noch echte Leute mit Erfahrung da reingeholt, auch mit Trainern und all so und Kram, da wurde sich wirklich bemüht. Ich möchte gerne nochmal auf die Doku zurückgehen. Zwei von uns haben ja die Doku geguckt, die Making-of-Doku und man muss dazu sagen, der Film wurde in einem Zeitraum von ungefähr einem Monat gedreht mit einigen Vorbereitungen, viel Kommunikation natürlich und das Ganze war quasi eine Art Zusammenarbeit, das heißt, die Leute aus Ghana waren froh, dass sie mal eine internationale Produktion machen konnten, um den Leuten zu beweisen, außerhalb von Ghana, was die drauf haben. Dementsprechend sind wie gesagt Schauspieler dabei, die aus der Szene in Ghana sehr bekannt sind, die wir natürlich erstmal nicht kennen. Und ich muss wirklich sagen, ein paar Charaktere waren echt dabei, wo ich sage, wow, das ist halt echt Potenzial, also wirklich, die haben echt gut gespielt und da ist wirklich Potenzial dahinter und das Ziel des Films war ja wirklich, dass man etwas über Ghana lernt, dass man was von der Kultur ein bisschen lernt, dass man überhaupt lernt, dass das Land überhaupt existiert, dass die auch Filme produzieren, dass die da auch mega Bock drauf haben, dass da eine richtige Filmszene gibt und das haben sie mit dem Film geschafft, dass ich mich jetzt mit dem Land beschäftigen möchte, dass ich mich mit den Ninja Productions und den anderen Filmen, mich damit beschäftigen werde und damit haben sie ihr Ziel quasi erreicht, dass das quasi jetzt nach außen getragen wird, außerhalb von Ghana, natürlich ist es keine AAA-Produktion, das ist denen selbstbewusst, das haben die auch von vornherein gesagt, das wird keine übelste High-End-Produktion, aber die haben sich bemüht und haben es geschafft, irgendwie jetzt ein bisschen aus ihrer kleinen Bubble rauszukommen und ein bisschen der Welt zu zeigen, was sie können. Auf jeden Fall, ich fand es auch, wie schon gesagt, ich fand es echt sympathisch eigentlich, das mal zu sehen, ja, ich fand es wirklich interessant, mal Einblicke zum Kino von Ghana, also von diesem kleinen, unscheinbaren Land zu bekommen, weil auch wenn man davon wahrscheinlich niemals irgendwas auf der großen Leinwand sehen wird, aber das Land selbst hat eigentlich eine relativ, ja, doch schon blühende Filmlandschaft und da gibt es auch so kleinere, ja, ich glaube, man kann sich schon Nationalhelden im Sinne von Darstellern oder Regisseuren, die gibt es da und das finde ich einfach cool, weil Ghana ist so ein Land, wenn man an Kino denkt, hat man das eigentlich alles andere als auf dem Schirm und in der Doku sieht man ja dann auch wie Sebastian Stein, der in Japan wohnt, dann ab und zu mal nach Ghana fliegt, um sich da alles anzugucken, die Leute kennenzulernen und da merkt man auch einfach diese Freude, die das Land, beziehungsweise die Menschen, die involviert sind, was für eine Freude die ausstrahlen, einfach weil sie sich bewusst sind, okay, wir haben jetzt hier diese erste internationale Produktion des Landes, auch wenn es ein kleiner Film ist und da musste ich manchmal schmunzeln, weil sie sich einfach so unglaublich darauf gefreut haben, diese Nazis zu spielen und wer den Film sieht, wird merken, die sind dann halt, weil sie gar ein Aria sind, natürlich weiß angemalt und die feiern das einfach total. Sie sind sich bewusst, was für eine Geschichte dahinter steckt, aber es ist ihnen egal. Ja, also man sieht ihnen an, sie hatten Spaß bei der Arbeit, das merkt man denen in jeder Sekunde an und dementsprechend muss man sagen, kann sich das Produkt in dem Sinne auf jeden Fall sehen lassen, aber überzeugend tut es halt eben nicht so richtig, muss ich sagen, weil ich dann insgesamt, was die Qualität angeht, den Unterhaltungswert, doch ziemlich enttäuscht war, muss ich sagen, also so toll das Ganze mit dem Hintergrund, Produktion, Land und so etwas, so toll das alles war, filmisch gesehen hat er mich, hat er mir einfach zu wenig geboten, muss ich sagen, sowohl was den Unterhaltungswert angeht, als halt eben auch den Inhalt und bei einem Trash-Film, da weiß man natürlich, worauf man sich einlässt, da erwartet man jetzt, ja, keine Oscar-Nominierungen oder etwas dergleichen, sondern einfach nur Spaß und der hat hier leider größtenteils gefehlt. Ich möchte mal kurz zusammenfassen, der Film geht ungefähr eine Stunde, 20 Minuten und ist so ein bisschen unterteilt in drei Teile, würde ich sagen, man hat quasi, okay, sag mal vier Teile, man hat das Intro, was ein bisschen historisch gemacht ist, so mit einer kleinen Vorgeschichte, dann hat man die, die eben, die, das quasi das Intro, wo die Charaktere vorgestellt werden, zum Beispiel der Horst mit seiner Freundin, in welchem Umfeld er lebt, dann kommen quasi die ersten Nazis dahin und machen dann eben Radauts und machen da Stress, dann geht's über die nächste Phase, wo quasi der Horst eine Ausbildung bekommt und dann nach dem Training fängt dieses große Turnier an, was so ein bisschen an Mortal Kombat erinnert, so man hat so einen, übelst einen Boss, der irgendwo vor einem Banner sitzt, dann hast du die Kämpfer, die gegeneinander kämpfen um Tod, das heißt, es gibt nur einen Überlebenden und dann hast du ein paar epische Kämpfe mit so einer Art Playoff-System und Liga-System und dann irgendwann das Ende hast du, das hat Finale, ein richtig schön trashiges Finale und ich muss sagen, der Film hat vor allem geschwächelt in dem Mittelteil, also in dem Ausbildungsteil, wo eigentlich andere Filme, sag ich mal, als Karate Kid oder Karate Kill Bill so prägnant sind in der Ausbildung, dass man da richtig viel einbauen konnte, war das am langwierigsten, das war ein bisschen ein langer Abbild, das war ein bisschen langweilig und noch anstrengend, vor allem weil da die Charaktere wirklich extrem in Dialekt gesprochen haben, dass man es fast gar nicht mehr verstanden hat und dann aber das Ende, das Turnier am Ende war wieder sehr gut gemacht, weil da richtig geile Action war, sehr geile Kampfchoreografien und da hat er wieder gewirkt, da hat er wieder richtig gezeigt, was der Film so kann, vor allem diese Kampfszenen waren wirklich sehr gut gemacht und auch wirklich sehr gut trainierte Leute, trainierte Körper und alles, das war wirklich gut gemacht. Ich glaube, wenn man den, wie heißt der so schön im Film, den 4 Promille Stil, wenn man den für den Film anwendet, dann hat man richtig Bock. Ja, also wäre jetzt nicht Corona, würde ich auch sagen, schnappt euch ein paar Freunde, beklingelt euch ein bisschen und zieht den Film rein, dann habt ihr richtig Spaß, definitiv. Was ich, das sehe ich gerade in meinen Notizen, was ich einfach, ich glaube, das war für mich der witzigste Moment im Film, es kommt zu einem Todesfall in dem Film und begraben wird dieser Mensch in einem autoförmigen Sarg. Schon allein, wie sie den getragen haben. Ich fand die Szene einfach super witzig. Und wenn man sich dann wieder das Making-of anguckt, ist das doch Tradition. Und es gibt sehr viele Leute, die diesen, ich habe gerade den Begriff vergessen, irgendwie solche Kunstsärge, das waren, das ist doch normal, dass Leute in Särgen begraben werden, die das wieder darstellen, was sie gerne gemacht haben in ihrem Leben. Sei das jetzt ein Auto, sei das ein Kunstwerk, sei das eine Statue oder irgendwie solche Sachen. Also meistens sind es Holzkisten, die bemalt sind und irgendwas darstellen, irgendwas, vielleicht ein Auto, ein Motorrad, ist egal, was es ist. und die brauchen unbedingt so einen Sarg. Und in dem Making-of sieht man sehr schön, wie die halt echt die Zeit davonrennen, weil die unbedingt drehen wollen und denen fehlt so ein verdammter Sarg. Und dann haben sie dann noch kurzfristig einen bekommen und dann wird natürlich verhandelt so wie, ja, es ist ein Sarg, normalerweise verkauft man einen Sarg und dann wird der eingegraben und dann ist der weg und dann verhandelt der, ja, die wollen ja bloß mieten, die wollen ja bloß einen Sarg mieten, die wollen die zurückgeben, die brauchen, die wollen ja nicht behalten, das ist ja keine echte Beerdigung. Und dann so, ja, normalerweise kostet das so und so viel zum Ausleihen. Wo du denkst so, leihen so oft, läutet das ein Sarg aus? Ja. Und dann wird das schön gehandelt und natürlich, da laufen natürlich Kameras, da muss natürlich gefalscht werden, wie das bei anderen Reality-TV-Dokus natürlich der Fall ist, aber sie finden einen sehr, sehr schönen Sarg. Gut, okay, ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung zum Schluss. Wenn ihr nichts mehr dazuzufügen wollt, ich würde sagen, wir nehmen als Bewertung die Blutflagge, ja, das ist quasi eine japanische Flagge mit der Mitte, einen Hakenkreuz. Wir bewerten mit Blutflaggen, wie viele fünf von fünf Blutflaggen oder bis zu fünf Blutflaggen könnte es geben. René, du bist der Erste, du darfst loslegen. Ja, schwer zu sagen. Also als erstes muss ich ein Zitat aus dem Film loswerden. Morgenstund hat Stuhl im Mund. Ein super Zitat. Ich finde, der Film hat ein bisschen viel Stuhl im Mund. Ich weiß nicht, ich war auf irgendeine Art schon irgendwie, ja, unterhalten, aber eher im negativen Sinne. Ich finde zum Beispiel, wie du eben angesprochen hast, diesen Aspekt mit diesem Mortal Kombat ähnlichen Turnier relativ interessant, weil das war so das Unterhaltendste am Film, finde ich. Ich finde die Idee als solche sehr ansprechend, weil es einfach so das komplette Kontrastprogramm ist zu dem, wie es eigentlich war oder ist. ich finde einfach diesen Aspekt im Hintergrund relativ, ja, auch interessant, weil es einfach wirklich Einblicke in so ein anderes Land gibt, was man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Ich finde nur, wie gesagt, diese Synchro einfach unglaublich miserabel und ich, es gibt so einen Song im Film, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich fand den so dermaßen penetrant, weil alle zehn Minuten wird einem dieser Song in einer riesen Lautstrecke um die Ohren geballert und so spätestens nach dem dritten Mal war ich da echt ja, genervt. Insgesamt War es die Melodie oder war es dieser Gesang, dieses African Kung Fu? Ja, nee, der Gesang. Ich fand es so dermaßen nervig. African Kung Fu, Kung Fu. Ich finde, die Darsteller haben einen guten Job gemacht. Man merkt auf jeden Fall, dass sie Bock hatten und ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich kenne bessere Trash-Filme. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die Gefallen an dem Film finden werden und ich glaube, im O-Ton würde ich ihn auch ein bisschen besser finden, aber am Ende würde ich wahrscheinlich auch so, weiß ich nicht, mit gutem Willen drei Blutflaggen geben. Okay. Von zehn, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen. 2,5 von zehn? Ja, drei Flaggen von zehn. Drei von zehn, okay. Ich wollte nicht fünf geben, okay, machen wir zehn. Sonst müsste ich eine von fünf geben, aber oder anderthalb, wie man es nimmt. Okay, okay, okay. Werner, was sagst du? Also ich werde dann mal den Teil der Wertung übernehmen und gebe dem Film anderthalb von fünf Blutflaggen, weil mir hat er nicht wirklich viel gegeben, der Film. Also als ich den Titel gelesen habe, das Poster gesehen habe, dachte ich, okay, klingt nach einem riesen Spaß, sieht lustig aus, kann was werden, aber am Ende hat man einfach nichts aus der Idee gemacht und so toll der Hintergrund der Produktion und Entstehungsgeschichte ist, so viel Mühe man sich gegeben hat, so enttäuschend ist am Ende leider das Ergebnis und bis auf ein paar wenige Schmunzler hat mir der Film nicht wirklich viel gegeben, also ich bin ein großer Trash-Fan wie der René auch, hab eine Menge Spaß mit Billigproduktion, kann über alles mögliche lachen, aber der Film, nein, eher nicht. So, ich möchte auch meine Meinung geben, ich finde, der Film war super, der beste Film, den ich je gesehen habe, ich gebe fünf von fünf Blutflaggen und damit gebe ich rüber zu Kenny, was sagen Sie dazu? Also ich muss ein bisschen, ich fand ihn sehr unterhaltsam, die Synchronisation fand ich, ich fand sie gut, weil sie schon übertrieben war und absoluter Blödsinn, deswegen, ich habe sehr darüber gelacht, als ich das erste Mal Eva Bayerisch sprechen habe gehört oder andere hessisch und sowas, ich fand das mega gut, ich finde das mega lustig, also da gebe ich absolut einen Pluspunkt, ich fand die Action geil, es war der beste Film aus Ghana, den ich jemals gesehen habe, von daher möchte ich das, 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 das ein bisschen rumdrehen, deswegen gebe ich mir einfach drei von fünf Blutflangen und damit haben wir einen kleinen Ausgleich, ich sage es aber gleich, ihr müsst ein bisschen Humor haben, ihr müsst schwarzen Humor haben, ihr dürft nicht so kritisch auf das Thema blicken, im Sinne von, ja aber Hitler macht man keine Witze, wenn ihr so denkt, dann ist er nichts für euch, Finger weg davon, wenn ihr Bock auf Trash habt, wenn ihr Bock auf was Neues zu sehen, was Neues zu lernen, zum Beispiel das Land Ghana, dann gebt euch das und dann ist gut, wie gesagt, nehmt euch ein paar Freunde, trinkt was dazu und dann geht's ab, so, damit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss, wir reden gerade schon ziemlich lange dafür, dass es eine Trashproduktion ist, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, bleibt gesund, das ist wichtig und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst in Ghana, oder? Yes, ab dafür, okay, okay, macht's gut, ciao, ciao, tschö tschö, Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Außer Atem, ich bin der Stu und heute an meiner Seite sind der Lukas, hallo Lukas, hallo und der Andi, grüß dich Andi, hallo, kannst du kurz mal den Originaltitel noch sagen? Vergiss es nicht, der Originaltitel lautet About des Soufflés, so, Wer sich mit der Filmhistorie ein bisschen auskennt, hat vielleicht schon mal den Titel Außer Atem gehört, das ist ein Film aus dem Jahre 1960, der dieses Jahr also 60 Jahre alt wird und es ist ein Film des bekannten französischen Regisseurs Jean-Luc Godard und warum dieser Film so wichtig ist, das werden wir in diesem Podcast wahrscheinlich auch klären, wir werden aber auch klären, kann man sich den heute noch angucken, bevor wir aber zu dieser, ich möchte sagen Grundsatzdiskussion kommen, erzählt uns Herr Lukas vorab erstmal, worum geht es denn Außer Atem überhaupt? Genau, das ist eigentlich recht schnell erzählt, da die Handlung im Endeffekt dann doch zweitrangig ist, aber kurz gesagt kann man sagen, dass es um den Protagonisten Michel geht, der ist ein ganz normal Kleinkrimineller, lebt in Frankreich, in Paris, beziehungsweise ist auf dem Weg nach Paris mit seinem gestohlenen Auto, bei einer Polizeikontrolle erschießt er diesen Polizisten und ist seitdem auf Verflucht und trifft dann eine amerikanische Studentin mit dem Namen Patricia, gehen wir davon aus, dass es Patricia ausgesprochen wird, genau, und die verbringen dann recht viel Zeit zusammen, viel, sind viel in einem Raum, reden, rauchen und dann geht es halt noch ein bisschen darum natürlich weiterhin zu fliehen und irgendwie aus dieser Situation zu entkommen und da nimmt das Schicksal dann auch eigentlich seinen Lauf. Ja, ich finde der Alternativtitel Reden und Rauchen passt perfekt zu Außer Atem. Also ich glaube, Außer Atem liegt nicht daran, weil sie andauernd auf der Flucht sind, sondern weil sie echt unentwegt quatzen. Es ist unglaublich, wie viel in diesem Film geraucht wird. Ja, der Belmondo, der zündet sich doch mit seiner Nächste immer mit der letzten schon wieder an, gell? Fällt auf. Ja, der Lukas hat was Schönes gesagt, das fand ich ganz toll, dass die Handlung eigentlich eher zweitrangig ist, weil eigentlich ist es ja schon so eine ziemliche Crime-Handlung und so und man könnte daraus jetzt auch voll den spannenden Film machen, aber irgendwie ist es ja eher so ein Gegenentwurf zu diesen typischen Film-Noir oder so, wie nennt man das? Film-Noir würde ich schon sagen. Detective-Crime, genau, Film-Noir-Dingern. Und es ist ja eher so ein Statement. Es gibt ja gleich zu Beginn diese Szene, wo Jean-Paul Belmondo, der ja diesen Michel spielt, vor so einem Poster von Humphrey Bogart steht und das ist schon fast schon so aus wie ein Kommentar finde ich vom Regisseur, der jetzt klar macht, okay, wir erzählen jetzt eine Geschichte, die unglaublich gut zu Humphrey Bogart gepasst hätte, zu diesem Film-Noir-Tropen auch, aber wir erzählen sie nicht so, wie er glaubt, wie sie passiert, also geschehen sollte. Es ist ein, ich würde sagen, es ist ein sehr pessimistischer Film eigentlich, oder? Gute Frage. Schon könnte man, könnte man, denke ich, so sagen, ja. Irgendwie ist er ja schon so ein bisschen locker leicht und irgendwie wie auch Patricia irgendwie rüberkommen, die sind alle so ein bisschen naiv, gell, auch und irgendwie ist es ja schon auf der einen Seite so ein bisschen das schöne französische Leben, aber andererseits auch nicht so, ich weiß nicht genau, keine Ahnung, komische Stimmung in dem Film irgendwie. Genre ist auch schwer einzuschätzen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, da geht es also, mich interessiert bei dem Film eher so jetzt im Nachhinein eher die Machart, als jetzt eben die Handlung und die, ich meine, er ist teilweise schon sehr witzig, also er ist einfach nur seltsam, finde ich. Also irgendwie die Dialoge sind teilweise so komisch. Ich meine, das ist jetzt natürlich der letzte Satz im Film, aber mir fallen jetzt nicht viele andere ein, aber wo er dann irgendwie im Sterben liegt und dann sagt, oh Spoiler, Entschuldigung, aber der Film ist ja auch schon ein bisschen älter. Eben, da geht es ja gar nicht drum, aber wo er dann noch irgendwie sagt, du bist echt zum Kotzen und dann nochmal sie fragt, was hat er gesagt? Und dieser Polizist ist einfach so wiederholt, er hat gesagt, sie sind zum Kotzen. Das ist schon ziemlich witzig, aber auch einfach nur seltsam irgendwie. Ja, allgemein kann man da schon sagen, dass es oft so wirkt, als ob das gar keine Konversationen sind, sondern es ist, ob die Personen einfach nur laut denken würden und einfach ihre Gedanken einfach laut wiedergeben und darauf dann halt teilweise auch gar nicht eingegangen wird, dass dann, wenn dann irgendwie eine Unterhaltung zustande kommt, die dann auch meistens nicht beendet wird und offen bleibt, genau, das ist alles ganz schön merkwürdig und die Machart des Films unterstreicht das Ganze dann natürlich auch noch wesentlich. Ja, stimmt, das passiert auch öfter, das fällt mir gerade noch ein, dass sie, keine Ahnung, irgendwie im Raum sind und sich anschauen oder so und dann fragt er ja, was ist? Und dann sagt er ja, nix. Und dann sagt er so, ja, was ist denn? Nix, ich schau dich nur an. Oder so. Also solche Sachen gibt es ganz oft und ich weiß nicht, inwieweit das natürlich auch geplant war, weil das ist ja auch so eine Neuerung hier bei dem Film gewesen, dass der die, dass der ja relativ spontan alles gemacht hat, also dass der die teilweise auch einfach in den Raum gesperrt hat und dann geschaut, was passiert irgendwie. Also wie viel jetzt improvisiert ist oder so, weiß man auch nicht so genau. Ja, also der Godard hat mit Außeratem wirklich, ja, fast schon eine Art neues Kino erfunden. Also es war, glaube ich, der erste Film oder der erste größere Film, wo sie halt gedreht haben mit Handkamera und unter natürlicher Beleuchtung. der Film gilt ja auch als Erfinder des Jump Cuts. Andi, kurze Erklärung, was ist ein Jump Cut? Schwierig. Habe ich dich, ne? Ja, ja, ich, ein Match Cut ist das mit einem Knochen aus Dings. Aber ein Jump Cut ist, wenn du halt einfach in der gleichen Szene die Szene unterbrichst, aber dann trotzdem wieder in die gleiche Szene reinschneidest. Ich weiß nicht, wie man das gut beschreiben kann. Genau, also ich glaube, im Endeffekt ist, glaube ich, der Jump Cut quasi dazu da, die Aufmerksamkeit von der Szene irgendwie wegzuholen und die Aufmerksamkeit quasi auf diesen Cut zu bringen und irgendwie so ein bisschen rauszuholen, gewissermaßen. Ja, in der gleichen Szene nach vorne springen. Also das kann man natürlich machen, um halt einfach einen Zeitsprung zu machen oder so. Das ist ganz spannend. Ich habe da irgendein so ein Video-Essay darüber gesehen, dass das ja auch zum Beispiel, das siehst du ja immer noch, wenn du jetzt zum Beispiel irgendein YouTube-Video von irgendeinem Influencer oder sonst was, keine Ahnung. Oder auch Filmkritiker oder so, da gibt es doch immer diese Cuts, weißt du schon. Eigentlich kann man das ja auch nutzen, um Fehler rauszuschneiden halt einfach oder so. Mittlerweile sieht man das ja so oft in jedem Medium und so. Und bei Godard war es ja auch lustigerweise, er wollte ja einerseits schon mit irgendwelchen Konventionen brechen, andererseits war das teilweise auch halt aus der Not, weil er irgendwie den Film halt von drei auf zwei Stunden runterkürzen musste und deswegen halt einfach unnötige Sachen rausgeschnitten hat, auch wenn das dann total weird wirkt. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, der Film ist einfach nur schlecht irgendwie, aber wo er zum Beispiel am Anfang diesen Polizisten erschießt, das ist ja so prall geschnitten, denkst du erst mal, also dachte ich zuerst, weil man sieht ja gar nicht, wie der erschossen wird, man sieht dann so ein Close-Up auf die Knarre, dann ist auch noch der Ton irgendwie so unsynchron und dann sieht man einfach nur ganz schlecht diesen Polizisten im Wald umfallen und so. Das ist total wirre geschnitten und ich dachte schon, das ist einfach schlecht, aber dass das natürlich eine bewusste Entscheidung war, das einfach unkonventionell zu machen, das ist mir jetzt dann auch klar geworden. Ja, das ist nämlich interessant. Man muss natürlich dann bei dem Film natürlich auch immer darauf achten, in welcher Zeit wir uns befinden, in dem Fall halt im Jahre 1960. Wenn man da jetzt nach Amerika zum Beispiel guckt, da war ja noch komplett eigentlich jeder Film in einem Studio gedreht, künstliches Licht und alles sehr, also jetzt gestellt, das ist ein Film, natürlich ist es irgendwie gestellt, aber da wirkt es dann so viel mehr gestellt. In dem Film ist ja wirklich alles, was man irgendwie aus Amerika zu der Zeit kannte, existiert ja dort eigentlich nicht. Man hat reale Schauplätze, also der Film spielt ja nicht im Studio, sondern ist an realen Schauplätzen gedreht. Dann hat man das Licht, wie gerade schon erwähnt worden ist und dann dazu, dass dann viel so diese Alltagsgeräusche auch mit eingefangen werden von der Stadt und dann sich dadurch dieses immersive Erlebnis quasi auch ein bisschen bildet, einfach weil man einfach so Autos und einfach so das Drumherum auch hören kann, was man sonst ja so noch nicht kannte und was halt auch recht interessant zu beobachten ist, weil das ja quasi die Sachen, die Godard hier mit dem Film gemacht hat, eigentlich genau die Eigenschaften sind, die dann auch das New Hollywood quasi so, was halt das New Hollywood Cinema quasi genau so identifiziert und das ist halt zehn Jahre später erst. Das ist halt schon dann sehr, sehr interessant, wenn man sich das mal anschaut, wie weit voraus er dann quasi war und dass es dann halt aus so einem Mix aus Not und eigenem Willen quasi entstanden ist. Ja, das ist auch witzig, weil du ja gesagt hast, mit dem amerikanischen Film, dass der das halt so ein bisschen eben aufbricht und da mit den Konventionen bricht und so, aber dass er dann noch eben so ein typisch amerikanisches, würde ich jetzt mal sagen, so ein Gangster-Film-Noir-Genre nimmt und die Musik ist ja auch so ein bisschen jazzig und so, also irgendwie, dass er halt so ein so ein klassisches Hollywood-Ding vielleicht nimmt und da dann halt alles kaputt macht sozusagen, das finde ich eigentlich ganz cool, dass das halt jetzt nicht irgendwie so eine romantische französische Liebesgeschichte einfach so ist, sondern so ein bisschen so Genre-Film halt und dass er dann darin diese ganzen Machart-Konventionen bricht und so, das finde ich ganz schön und wir haben ja noch gar nicht gesagt, hier Nouvelle Vague heißt es ja, hieß es ja damals, diese Bewegung, weil du gerade New Hollywood angesprochen hast und irgendwie hat der ja auch ein bisschen diesen Dogma-95-Typen schon so ein bisschen vorgearbeitet, weil die haben ja auch angefangen dann zu sagen, ja wir machen nicht Studio, wir machen kein künstliches Licht, sondern wir nehmen nur Sachen, Handheld-Kamera und so, eigentlich hat der New Hollywood Dogma-95 diese ganzen, sind ja auch alles so eher so Autorenfilmer, also wo der Regisseur mehr im Vordergrund sein sollte und nicht die Filmstudios, dass du so einen Machart-Stil halt wieder erkennst und da berufen sich ja alle drauf, also Tarantino, Scorsese und so und das ist schon spannend, wenn man das alles im Hinterkopf hat und sich den Film anschaut, weil deswegen fand ich, wie gesagt, die Handlung finde ich jetzt nicht so super spannend, ich finde halt die zwei Hauptdarsteller sind super charismatisch und sympathisch, finde ich, das macht schon Spaß auf der einen Seite, aber ich finde es halt, wie gesagt, eigentlich spannender, auf die Machart zu achten, wenn man dann eben sieht, ja klar, das macht der Tarantino ja heutzutage eigentlich immer noch, einfach im Auto rumfahren und Quatsch labern und so und das hat der Typ halt irgendwie schon auch mit, ja, erfunden, kann man schon sagen, glaube ich, oder? Ja, würde ich nämlich auch sagen, also mir fällt jetzt wirklich kein anderes Beispiel ein, was so signifikant ist wie dieser Film, außer natürlich dann französische Filme, die da nachgekommen sind, weil ich glaube, man kann sagen, dass der Film schon so ziemlich der Startschuss halt für dieses neue französische Kino war, wie du gerade gesagt hast und ja, also mir fällt da jetzt nichts ein, was davor wirklich so mit Konvention gebrochen hat, was natürlich dann nicht heißt, dass die Filme dann irgendwie schlecht sind, das ist natürlich alles, was heißt alles, aber davor gab es natürlich auch gute Filme, es ist aber nur interessant zu sehen, wie Leute Konvention nehmen und diese einfach brechen und denen das quasi egal ist so. So Kleinigkeiten, was halt heutzutage relativ Standard ist, habe ich auch irgendwo gesehen, wo Martin Scorsese halt darüber spricht, dass er halt zum Beispiel solche In-Taxi-Driver auch halt einfach, was bis zu dem Zeitpunkt total ein No-Go war, dass halt zum Beispiel ein Dialog ist und du nicht immer die Person gerade siehst oder zeigst, die halt spricht, dann schneidest du zurück zum anderen, wenn er antwortet und so hin und her, sondern dass du teilweise einen Dialog im Off hast und das hat er auch hier in so einem Telefonat bei Taxi-Driver, wo die Kamera halt einfach in den Gang filmt und so, das hätte davor nie jemand gemacht und der hat Scorsese halt gemeint, das habe ich mir halt bei dem Typen abgeschaut, weil der halt auch dann im Auto zum Beispiel, siehst du die ganze Zeit nur diese Gene Seaberg oder wie du siehst und der andere Typ quatscht die ganze Zeit, also das ist eigentlich so eine Kleinigkeit, aber anscheinend war das wirklich voll die Revolution damals und jetzt sieht man es überall die ganze Zeit, das war nicht schlecht. Ja, also was Godard damals angestoßen hat, ist wirklich mittlerweile zur filmischen Alltäglichkeit geworden, von daher kann man den Film, filmhistorisch betrachtet, gar nicht genug würdigen, also es ist filmhistorisch, ich würde sagen, einer der wichtigsten Filme, den es überhaupt gibt, nur jetzt mal Butter auf dem Fisch, wie ist es denn, wenn man sich den heutzutage anguckt und mal wirklich dieses filmhistorische aus und vor lässt, wirkt der noch so frisch wie 1960, als man ihn gesehen hat, wobei wir alle drei haben ihn 1960 nicht gesehen, weil wir hatten alle drei 1960 was anderes vor, aber versteht, was ich meine, also als du ihn jetzt nochmal geguckt hast, konntest du dieses filmhistorische abschalten und dich auf den Film konzentrieren, also du hast ja schon gesagt, die Handlung ist jetzt nicht so pralle, hat er dich trotzdem abgeholt oder ist es eher so ein Spezialfall für dich? Ich finde, es geht bei dem noch, also ich habe eh so ein Problem mit älteren Klassikern, zum Beispiel haben wir letztens schon mal über diesen Seven Samurai irgendwann mal gequatscht, glaube ich und so, der hat mir nicht so gefallen, obwohl ich natürlich da auch die filmhistorische Bedeutung schon auch erkenne und anerkenne, aber hier bei dem Film, der hat mich trotzdem unterhalten und ich glaube, das liegt eigentlich hauptsächlich halt an diesen zwei Schauspielern, also ich mag diesen Belmondo-Typen voll gerne, weil der halt einfach so witzig, schrullig ist irgendwie und die andere mag ich halt einfach so gerne, weil die irgendwie so stylisch ist und ich weiß nicht und so ein bisschen naiv und so, also durch die zwei hat mir der Film trotzdem immer noch Spaß gemacht, auch wenn er jetzt natürlich unter heutigen Standards jetzt nicht super aufregend ist oder so, kann ich schon sagen, glaube ich. Ja, dem kann ich tatsächlich auch so zustimmen, denn ich finde, auch wenn man jetzt diese Mittel, das alles mittlerweile kennt, sieht man, ist es trotzdem, dass es halt mittlerweile in Filmen, wo das verwendet wird, dann doch irgendwie so so konventionalisiert worden ist, also das ist so quasi, dass man das genommen hat, was damals der Regelbruch war und das zu einer Regel quasi gemacht hat und das ist halt, in dem Film sieht man halt, dass es noch nicht so ist, sondern das ist wirklich einfach dieses Raw einfach auf die Fresse quasi, einfach, ich mach, was ich will, mäßig ist und das halt jetzt moderne Filme, Filme von heute quasi, die sich diesen Zielmitteln bedienen, aber das halt nicht so haben. Deswegen finde ich, ist der Film immer noch interessant, vor allem, weil, wie schon gesagt worden ist, einfach die Chemie zwischen den beiden auch einfach sehr interessant ist und ich finde auch, also ich kann mich auch halt für Konversationen begeistern, wenn es irgendwie interessant ist, deswegen, ich fand selbst so die Szenen, wenn die in diesem Zimmer sitzen, irgendwie spannend, weil es halt ganz verrückt ist, aber halt irgendwie auch so eine hypnotisierende Wirkung dann einfach hat und ich mich dann trotzdem da irgendwie so hineingezogen gefühlt habe einfach. Ja schon, die sind so ein bisschen seltsam und dann gibt es diese teilweise auch ein bisschen witzigen Dialogschnipsel und teilweise wusste ich jetzt auch nicht genau, was ist das jetzt eigentlich hier, also es wird nie ganz klar ausgesprochen, was, wer mit wem jetzt noch, also zum Beispiel, was jetzt diese Patricia noch da mit diesen, ich weiß es gar nicht mehr, ich bin auch ein bisschen verwirrt, mit dem William. Weil ich hab mir, ich hab mir, muss ich dazu sagen, kennt ihr vielleicht auch das Remake gestern nochmal angeschaut. Es gibt ja ein Remake irgendwie aus den 80ern mit Richard Gere. 80ern mit Richard Gere. Und deswegen war ich jetzt ein bisschen durcheinander mit den Rollen. Da gibt es ja dann noch den Lehrer, mit dem diese, ich weiß nicht, wie sie in dem Remake heißt und so, deswegen, aber habt ihr den gesehen? Ja, vor Uhrzeit. Nein, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das fand ich aber sehr interessant, den jetzt dahinter nochmal zu schauen, weil da wird einem relativ schnell klar, was mir bei dem anderen jetzt besser gefallen hat. Weil ich, also ich kann mit Richard Gere, den finde ich jetzt eh nicht so super sympathisch, aber, aber das ist halt so ein, so ein Schönling und so ein Sunnyboy und genau das gefällt mir halt in dem anderen Film, dass das so ein Schrulliger eben nicht so ein Posterboy ist, sondern ich meine, der war ja glaube ich mal Boxer und so, deswegen hat er diese dicke Nase und keine Ahnung. Also der ist halt schon, schon cool, aber es ist halt nicht so ein Sunnyboy-Schönling irgendwie, sondern so ein bisschen, ja, die sind fertiger. Und Richard Gere ist genau das Gegenteil und deswegen, das ist einer der Gründe, warum mir das Remake überhaupt nicht gefallen hat. Und das macht den Film ja auch irgendwie ein bisschen aus, weil der Film ist ja auch schon dann ein bisschen eine Parodie auf den amerikanischen Filmnoir und den Detektivfilm und in den amerikanischen Filmen zu dieser Zeit war es dann ja oft so, dass dann quasi der Detektiv halt irgendwie so ein mysteriöser und irgendwie ein guter Typ ist und der Typ ist ja eigentlich in dem Film hier ein ziemlicher Versager so im Endeffekt. Der hat kein Geld und ist ja jetzt auch kein Detektiv, sondern ist ja wirklich ein Krimineller und er ist auf der Flucht und Spoiler, selbst das gelingt ihm ja nicht mal so. Ja, das fand ich ganz cool, weil es wird ja nie so richtig spannend und da merkst du, es geht halt um andere Sachen. Also abgesehen jetzt von dieser, von diesem Regeln auf den Kopf stellen. Ich glaube, der Godard und dann noch ein anderer, die Truffaut und wie sie alle heißen, das waren ja alles auch Filmkritiker. Also ich glaube, der Anspruch, der Ansatz war schon natürlich mit Fokus auf die filmische Machart. Deswegen muss man das da schon auch mit beachten, natürlich. Aber man merkt halt auch, dass die Handlung nie im Vordergrund steht, dadurch, dass es eigentlich nicht spannend wird oder so. Also eigentlich, wie gesagt, muss der Typ von der Polizei flüchten, aber es ist sowas von unspannend die ganze Zeit. Deswegen ist es halt überhaupt, merkt man relativ schnell, dass es darum nicht geht. Ganz schön eigentlich. Und eben in diesem Richard, hier quatscht er, dann hast du da irgendwie zig Verfolgungsjagden und totale Action und so. Und ey, also ich, oh Gott ey, ich kotze ab. Lass uns nicht über atemlos reden, das Remake, sondern außer Atem. Wie gesagt, 60-jähriges Jubiläum und ich glaube, Studio Kanal ist es, die ihn jetzt auf Blu-ray nochmal neu rausbringen. Lukas, du hattest die Blu-ray vorliegen, oder? Genau, ich habe die hier und ich habe gerade auch fürs Feeling den Film im Hintergrund einfach laufen. Oh. Was kannst du zum Blu-ray sagen? Lohnt sich die Blu-ray? Ich würde sagen, ja. Ich schaue, wie gesagt, ich schaue mir den Film gerade an, der läuft im Hintergrund auf dem Fernseher und visuell sieht das Ganze wunderbar aus. Ist ja immer noch schwarz-weiß. Er ist immer noch schwarz-weiß. Es ist nichts koloriert worden, der Film ist immer noch schwarz-weiß, aber ich finde, es sieht super aus trotzdem. Ich finde, schwarz-weiß hat natürlich allgemein immer was und ich finde, hier sieht das gerade, wenn man sich mehrere schwarz-weißen mal angeschaut hat von früher, dann ist es halt, wie gesagt, oft mit diesem künstlichen Licht. Hier hat man das halt nicht und ich finde, das fällt halt einfach auf. Ich finde, der Film sieht sehr schön aus und ansonsten hat die Blu-ray auch noch an Bonus-Materialien ein bisschen was zu bieten. Dort gibt es ein paar Dokumentationen, drei Stück sind es, glaube ich. Dann haben wir noch ein Interview und einen Ausschnitt von einer TV-Sendung. Plus den Trailer, keine Ahnung, ist ganz interessant und man hat den Film in der Originalsprache da drauf, französisch und in Deutsch und ansonsten noch deutsche oder englische Untertitel, für die, die es interessiert. Also ich kann es nur empfehlen, vor allem, weil es, glaube ich, das erste Mal ist, dass dieser Film jetzt auf Blu-ray so erhältlich ist oder so einfach erhältlich ist und wer den Film noch nicht gesehen hat, das ist auf jeden Fall, finde ich, es ist ein interessantes und schönes Stück in der Filmsammlung. Ja. Also das muss ich noch mal gesagt, ich kann verstehen, wenn man mit diesem Film nichts anfangen kann, weil er schon für heutige Sehgewohnheiten vielleicht speziell ist, aber das ändert nichts an der Wichtigkeit in der Filmhistorie. Ja. Ja. Ja, ich empfehle schon auch, dass man sich halt vielleicht davor oder danach einfach noch ein, zwei Interviews mit Tarantino oder Scorsese über diesen Typen, über den Film und so ein bisschen anschaut, um das alles so ein bisschen dann genauer einordnen zu können. Also wie gesagt, jetzt jemand, der sich für Filme machen und Filme hintergründen so überhaupt nicht interessiert, ist es halt schwierig, wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, ob der Film so viel Spaß macht. Aber wie gesagt, die zwei Schauspieler machen mir halt auch Spaß, ohne zu wissen, dass der Typ irgendwelche Filmtechniken revolutioniert hat, deswegen weiß ich nicht. Okay, dann kommen wir mal zum Fazit und ich würde sagen, dass wir diesmal Zigaretten vergeben, was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Das klingt gut. Okay, gut. Ich dränge mich mal einfach nach vorne und ich vergeb ihm vier von fünf. Ich finde, das ist ein gerechtfertiges Meisterwerk und ein Kultfilm, ein toller Film, ein wichtiger Film, der immer noch so diesen Flow hat, den ich immer noch sehr mitreißend finde und ja, bin sehr erfreut, dass der Film jetzt in ordentlicher Qualität auf Brewer erschienen ist. Dann macht mal der Andi weiter. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also, obwohl wir jetzt nur geschwärmt und gesagt haben, was das für ein Meisterwerk ist, gebe ich auch nur vier Zigaretten, weil es ist halt trotzdem nicht so, dass ich jetzt immer Bock habe, den Film zu schauen. Das ist halt doch für unsere heutigen Sieggewohnheiten, wie wir schon gesagt haben, mir macht er trotzdem noch Spaß wegen den Schauspielern und so, aber trotzdem für fünf ist er mir dann doch einfach ein bisschen zu alt. Du musst dich nicht rechtfertigen. Ich muss dich nicht rechtfertigen. Danke. Sag einfach, dir hat Richard Gier gefehlt. Das ist okay. Gott, Gott. Okay, Lukas. Ihm gebe ich übrigens eineinhalb von fünf. Wie viele Kippen gibst du außer Atem? Ich bin da ganz bei euch und gebe auch vier von fünf Zigaretten, weil ich den Film immer noch wahnsinnig entertained finde. Ich finde ihn spannend, ich finde ihn hypnotisierend und einfach rundum sehr interessant und dann habe ich im Hintergrund dann immer noch das Wissen auch, wie relevant dieser Film für die Filmgeschichte ist und deswegen fühle ich mich da gut, einfach vier von fünf Zigaretten zu geben. Okay, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es. Nee. Wird es Zeit, den Aschermöcher auszuleeren? Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und der Lukas und der Andi dürfen auch noch mal was sagen. Ich sage auch Tschüss. Ich sage ebenfalls Tschüss. Und ich finde ihn zum Kotzen. Was heißt das Kotzen? Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden von denen Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen. Nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns. Das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals. Und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Show Notes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.